Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ich bin in Avernus und mache wieder eine Jagd aufs Geil den Schwarzen. Das ist so ein kleines Flugteufelchen, ein Stachelteufel. Der fliegt da nur so rum und macht noch irgendwie nix von ein paar Kumpels, aber die können auch nix ab und ansonsten macht er sich häufiger mal unsichtbar. Das ist seine geilste Fähigkeit. Das ist einfach weg. Dann rennt man so ein bisschen rum. Ah, da ist er wieder und dann kann man ihn wieder hauen. Und das war es auch schon. Es waren ein paar Kumpels, verschwindet einfach. Da muss man warten. Wenn er wieder da ist, haut man ihn irgendwie glatt. Tja, netterweise helfen mir sogar hier zwei Leute, die zufällig hier im Gebiet unterwegs waren, aber der ist auch irgendwie nicht so ein harter Gegner. Gut, das sind Jagdziele hier eins. Die sind natürlich auch nicht so hart, ist klar, aber ich mach das gleich nochmal, weil ich hab da noch einen Köder. Mal gucken, da ist er wieder. Skyeil, der Schwarze. Einfach drufft, denn ist schon irgendwie ein Drittel weg von seinem Leben. Und jetzt ruft da wieder ein paar Kumpels und verschwindet. Die sind aber auch nicht mal gepanzert oder so, dass sie Elite werden, sondern normal. Und jetzt muss man warten, bis er wieder da ist. Da ist er. Dann haut man ihm wieder ein bisschen was. Und dann erhält es geht einfach weiter runter. Ich mein, was macht er denn überhaupt? Nur Kumpels rufen und irgendwie sterben? Unsichtbarkeit ist irgendwie keine gute Fähigkeit in dem Sinne, oder? Ja, das war's schon wieder. Hm, Skyeil, der Schwarze, will irgendwie sterben, glaube ich. Dann machen wir ihn gleich nochmal. Das ist irgendwie zu einfach. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, irgendwann mal Loot von diesen Gegnern hier zu kriegen, aber ich glaube, da wird mir mein Nicht-Loot-Lack treu bleiben. So, Kumpels, er ist wieder weg. Und jetzt müsste er irgendwo wieder erscheinen. Da drüben irgendwo. Meistens steht er denn da. Oh, ja. Hm, nee. Diesmal bei mir. Hm. So, und, äh, er stirbt wieder so langsam. Verschwindet er wieder. Na, wo ist er? Da. Ja. Na, rufst du nochmal Kumpels oder stirbst du vorher? Na? Na? Nee, er steht einfach nur da. Lässt sich verhauen. Weil dann stirbt. Toll, vom Tod noch ein paar Kumpels rufen. Ja, aber auch da liegt wieder nix. Also mein Nicht-Blut-Lack bleibt mir treu. Das war's. Skyeil, der Schwarze. Heißt das überhaupt Skyeil? Skyeil. Das war's. Das war's. Nicht-Blut-Lack ist auch zu Democrat. Untertitelung des ZDF, 2020